Gewalt in Schulen. Gegen Lehrer unter Schülern ein wachsendes Problem. Studien zeigen, mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen erfährt verbale Anfeindungen, Cybermobbing oder sogar körperliche Angriffe. Zahlen zeigen, auch die Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt zu. Angepöbelt und angegriffen, Gewalt im Klassenzimmer. Das Thema bei Fakt ist am Montag im MDR Fernsehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017